Hallo, Thomas hier. Heute zeige ich euch, wie mit Ida-Eis ein benutzerdefiniertes Behaglichkeitsdiagramm erstellt werden kann. In diesem Beispiel sehen wir die operativen Temperaturen und die relative Luftfeuchtigkeit in gegenseitiger Abhängigkeit im Zeitraum eines Jahres dargestellt. Die Werte innerhalb des grünen Bereiches stehen für sehr komfortabel, die Werte zwischen dem inneren grünen und dem äußeren roten Bereich stehen für komfortabel, alle Werte außerhalb stehen für nicht komfortabel. Wie also erstellen wir ein solches Diagramm mit Ida-Eis? Zu Beginn öffnen wir im Details-Tab die Diagramme mit den operativen Temperaturen und der relativen Feuchtigkeit. Per Drag & Drop lassen sich die Werte der relativen Luftfeuchtigkeit in das Temperaturdiagramm ziehen. Mit Klick auf Kalk und gegenseitiger Abhängigkeit erhalten wir das neue Diagramm. Mit Rechtsklick und weiter mit Eigenschaften passen wir die Achsen an. Wir ändern die Ergebnisausgabe auf Stundenmittelwert und erhalten anschließend unser Diagramm für die gegenseitige Abhängigkeit der Stundenmittelwerte von operativer Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Im Ausgangsdiagramm kann der gewünschte Zeitraum angepasst werden. Wir lassen uns das ganze Jahr anzeigen. Per Rechtsklick können wir eine neue Grafik zeichnen und wählen dafür Polygon. Mit Rechtsklick auf das Polygon und weiter mit Eigenschaften passen wir das Aussehen des Polygons an. Die genauen Punkte lassen sich zum Beispiel aus einer Vorlage übernehmen. Jetzt kommt die wichtige Frage. Wie kann ich die Anzahl der Stunden ermitteln, in denen unsere Werte innerhalb des Polygons liegen? Dafür nutzen wir ein Skript. Im Skript können die Wertepaare für die Polygoneckpunkte angepasst werden. Wir wählen das Ausgangsdiagramm mit den Ergebniskurven und führen anschließend das Skript aus. In unserem Ausgangsbeispiel mit den zwei Komfortbereichen müssen wir das Skript mit der jeweiligen Polygonanpassung also zweimal ausführen. Für die Einstufung sehr komfortabel erhalten wir das Ergebnis direkt. Für die Einstufung komfortabel müssen wir abschließend nur noch die Differenz berechnen. Viel Spaß beim Einsatz in euren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.